ein crit siehst du direkt 90 ja geht doch ruck zuck geht doch zuck weiß gar nicht was die leute machen leveln geht doch voll schnell in digimon zumindest bis ich weiß nicht bis 65 geht relativ fix ab 65 wird dann schnarche deswegen mache ich nicht so gerne highlevel videos ich weiß nicht wollte sowas sehen sagt mir mal was haltet ihr davon highlevel videos etwas ich weiß nicht ein digimon von 73 auf 90 bringen immer zwei 73 würde euch das gefallen schreibt sie in die kommentare ich bin übelst kommigeil also wenn ihr kommentare schreibt jedes mal wenn ihr kommentare schreibt feier ich das übel zart freue mich über jedes kommentar ich antwort auch immer so schnell es geht so jetzt gehen wir weg da wird es kein viel mehr angreifen wir schauen uns noch kurz den titel an da mache ich mich auf dem weg ins dat center so titel was haben wir bekommen grandis kovagamon guardian nö ancient tribe der ist das ne grandis kovagamon ancient tribe ach wieder kein eigenes zeich wieder so so ein standard symbol aber egal das hat wieder punkte gegeben wie viel haben wir mittlerweile sind wir schon auf 403 403 89 von 179 haben wir das ist doch der wahnsinn der wahnsinn wenn wir 100 haben feier ich werde ich feiern die habe ich schon ja wie dem auch sagen wir sehen uns gleich wieder ich mache kurze pause kurzen cut ab ins daten noch ein booster holen und dann sehen wir uns gleich wieder bis dahin viel spaß noch was geht abläuft willkommen zurück zu lesbietig im oma ist das online ich bin ja jetzt gerade was gesnackt man ist wieder voll und ich habe kurz noch was anderes aufgenommen und jetzt geht es weiter ja ich bin immer voll verrückt nach messen wir wechseln wie immer auf channel 0 sicher ist sicher wir wollen keine ungebetenen gäste haben ups sorry oder nicht was raus muss muss raus fertig so sieht aus ja der pyrrhus mit seinem ogre der jetzt ein ape ist wir nehmen wo bist du tausender booster jetzt gibt es auch small year und ich weiß nicht habe ich euch das schon gezeigt serenaden chocker macht nicht viel damage 889 ist jetzt nicht der wahnsinn aber ja man nimmt was man kriegen kann wie viel cooldown sieben sekunden wenn man jetzt vergleicht zu stingmon der ein bisschen coolere klamotten hatte na ja ba 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 egal egal wird schon wird schon rechts links ja dann hauen wir noch so ein dunkles netzwerk rein war das dark network ja dunkles netzwerk hippie so serenaden chocker dunkles netzwerk macht nicht so viel schaden ich gedacht hätte hätte so noch nicht mal 1000 hälfte live das ist jetzt ich bin ein bisschen enttäuscht ganz ehrlich aber wie gesagt der ist nicht enttäuscht gar nichts wir haben auf 115 gleich mal einmal kurz die stats zeigen so hier pyrrhus und zweit mal die stats 460 ht ist schon so viel wie dingens hat wie renamon hatte 55 bei mir 2,3 attack speed quit 7 prozent geht klar kann man nicht meckern komm gib ihm ba 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 ein bisschen disco ein bisschen party und so ach Junge ich bin extra CR0 gegangen bis dich will ich nicht sehen in der gilde bin ich wieder der einzige der online ist ist klar wir haben auch erst morgens gleich 11 uhr aber auch ein bisschen länger ich weiß nicht reichen die 30 minuten was meint ihr obwohl wir sind schon level 32 boom 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 haben wir noch wieder 70 prozent äh 60 sorry äh kurze skippchen machen während wir hier fleißig drauf rumkauen äh rumhauen ich habe gerade äh die kartenspecial aufgenommen was für pyrrhen hilft wieder bin ja hilfsbereit und so so demnächst ich überlege in ihr habt wahrscheinlich schon oh genau muss ich gleich schnell online stellen wir haben ja schon soddere day äh wir stellen gleich mal counterstrike rein das wird dann als neue random zeug sein counterstrike vielleicht mal ein horror game oder so aber im moment ohne facecam ist halt ein bisschen ich weiß nicht ich finde horror games ohne facecam ein bisschen langweilig weil ihr seht die emotionen bei dem typ nicht aber wir können es trotzdem mal machen werde ich heute nacht oder so ein horror game aufnehmen und mir übelst in die hose scheißen weil ich übelst so pussy bin was das angeht also so eine richtige muschi komm 1000 ja 1001 oh gib ihm ist das überhaupt serenalen schocker concert crush ne ja ich denke mal schon soll zumindest so sein oder so denke ich ich liebe diese level geschwindigkeit ich würde es voll vermissen wenn die tausender booster wechseln ist zwar nur ein tausender booster am tag aber ey hammer awesome oder nicht ja für die leute die kein dexmon gemacht haben und sich ein dexmon dexerugamon geholt haben die werden sich jetzt kräftig in den arsch beißen wenn sie das burstmode item nicht gekauft haben dann ist es rausgenommen worden genau wie für psychomon die alarmglock wurde ebenfalls entfernt wird dann dann und wann mal wieder irgendwann mal wieder erscheinen in events oder so nehme ich mal an level 34 mut 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 oh gib ihm concert crush i like sex wer mag das nicht ganz ehrlich wer mag kein sex leute die asexuell sind vielleicht aber ich glaube selbst die haben sex mit sich selber das heißt dann 5 gegen willi oder so oder rubbel die katz oder so irgendwie so hat ich habe nichts von wie kein xp für um quest möchte ich gerne er möchte gern quest xp haben aber geht leider nicht ich habe halt nicht so ein glück wie manch einer von euch obwohl sieben sekunden ja sieben sekunden cooldown geht schon klar metal item und kennen wir ja schon den hatten wir ja schon mal aber trotzdem gibt den nächsten titel einmal metal king und einmal metal empire oder so weiß ich nicht mehr aus dem kopf lass mal nachgucken ob man jetzt zur seite schieben general bigimon level öh löh 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 ähm im filialdramon blablabla so magnadramon nö 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 dino tigermon nö was ach die habe ich ja schon ich muss ja nach den gucken die ich noch nicht habe ähm transzender öhh hab ich keinen bock drauf scrumpy Spuffermon, Herculesco, Therimon, Phoenixmon, Weikmon, Bilzmon, Blablabla, Blastermon Ging ich jetzt mal um wie ein Lord Nightmon, das ist ein Lord Nightmon Achso, ja ja klar, von Gladimon, glaube ich, Mega Lord Nightmon Ne, Hermon Breaker, Devil of Deep Forest, Gankowagamon, den will ich auch noch haben, Gankowagamon Ähm, Egyptian God, Egyptian Myth What is Justice, Burning Justice, okay, Phoenixmon müssen wir auch noch machen Sprout hatten wir, ah ne, den hab ich nicht auf Mega gebraucht, den fand ich scheiße Metal Buddy, nein, der ist es auch nicht Da, hier, Ultimate Battle Machine, den kriegen wir als nächstes Ultimate Battle Machine, cooler Titel Komm schon, ach, treff ihn doch, wenn er nicht wahr sein geht, aber noch 23 Minuten, Gummi